hallo und herzlich willkommen zum stresstest multiplayer online uncharted 4 mit draconate leider habe ich gerade moment leichte probleme irgendwo in ein game rein zu kommen ich habe heute schon mal ein bisschen angezockt nicht besonders viel war auch recht angetan von der geschichte und jetzt wollte ich wieder rein aber im moment relativ schwierig gucken wir mal was der verbindungsaufbau sagt und ob das hier was wird oder auch nicht vorhin hatte ich sechs minuten den auswahlbildschirm wie ich aussehen kann mehr war leider nicht zu machen jetzt schauen wir mal aber jetzt reinkommen und vielleicht dann auch ein bisschen game sehen und wie es dann auch läuft third-person shooter nicht ganz meins habe ich festgestellt also jetzt auf jeden fall ja da wie man sieht habe ich schon zwei von drei spielen gewonnen kein teammitglied wiederbelebt und scharfschützen helferlein hat die anderen nicht und wir befinden uns im hauptmenü und gehen ein match finden unten läuft uncharted tv ich suche aber jetzt tatsächlich ein team deathmatch hier sieht man die herausforderung für heute die scharfschützen helferlein hier teammitglieder wiederbeleben und drei spieler gewinnen und in den optionen kann man eben die steuerung ansehen mit mystik fähigkeit verwenden zielen feuern seil befestigen also da habe ich noch leichte schwierigkeiten mich mit dem seil da durch die gegend zu schwingen da bin ich ein paar mal echt ins nirvana abgedriftet zack weg war ich kamera rechter stick linker stick bewegen und übers touchback können wir das geschäft im spiel aufrufen spiel tipps haben wir ein kamera habe ich nicht groß was gemacht anzeigen helligkeit auch nicht audio lasse ich sprache klar habe ich und jetzt suche ich spieler und da steht spieler gefunden aber so weit war ich gerade vorhin auch schon mal wir versuchen hier unter stressbedingungen zu schauen wie die server halten jetzt scheint noch ein bisschen arbeit vor den herrschaften zu sein aber ich denke mal das ist normal schön wäre es natürlich wenn wir jetzt ein paar spielerchen finden würden ich weiß natürlich nicht ich denke schon dass sich einige das runtergeladen haben ausrüstung wählen jetzt habe ich noch ganz kurz ausrüstung zu wählen ich habe mir schon eine angepasst nicht das nonplusulta aber er zählt runter das ist doch schon mal was und hier ist ein nahtal und ich nehme charlie cutter hast wohl nicht viel für schönlinge übrig was nö gut ich auch nicht und da war ich vorhin schon mal oder ich habe schon mal versucht in madagaskar stadt aber die rein okay dann wollen wir mal gucken wo unsere freunde sind hier also gut ich habe echt probleme mit dem enterhaken oh das war nicht dein bester tag also wie wärst damit rüber da sollte man normalerweise die gegnerchen sehen an roten Punkten oh das sind die da halleluja rot markiert auf der karte sind die gegner im normalen fall so jetzt gehen wir mal da hoch da kann natal nicht hoch da kann er oder besser gesagt ich bin ja jetzt charlie ich sehe aber keinen gegner im moment so und jetzt ist hier das schwingen haben gesagt oh shit da schmiss aber irgendjemand da gehen wir mal runter eine granate nichts grotes zu sehen alles getarnt hier okay da kommen wir nicht hoch so einfach aber da kommen wir auf jeden fall hoch und da vorne scheint auch jemand ein paar gegner gefunden zu haben oh ich dachte ich komme hier an oh das ist aber rutschig okay da komme ich nicht lang da ist wohl zu rutschig Sound ist auch cool okay da sind keine da Mann wo seid ihr denn oh das war aber hier da stand der Kollege aber noch in der Luft so da war einer aber hier noch ein Gegner damals und den müssen wir uns teilen oh Backe oh jetzt habe ich aber auch hier einen leichten Bug hier jetzt ist hier irgendwas Leute da hatte ich aber jetzt gar keine Chance sind wir doch mal ehrlich hallo ja respawn in 4 3 2 1 komme ich wieder ja toll und jetzt hätte ich dann gerne so dass ich nicht irgendwo hinter einer Wand verschwinde das wäre zumindest mal nett oh oh shit da ist aber einer irgendwo hier bei mir ach ja das kommt davon und hier hat mich auch keiner lieber beleben können oh da brennt einer heines erlass ist das war jetzt aber nisch so jetzt sehe ich aber wenigstens mal ein paar so jetzt wollen wir uns mal vorsichtig bewegen hier ja wobei das ja oh Mann also ja ich habe scheuerungsträchtlich echt noch ein paar Probleme man kann wohl wenn einer zur Hilfe kommt dann könnte der Kollege mich ja wieder bewegen und das macht er wohl auch obwohl er brennt wie Sau da ja 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 man jetzt habe ich aber hier orientieren Schwierigkeiten ja nein ja 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 Vorlage. Hier die Jungs. Hier habe ich jetzt was gefunden. Und schwing mich mal da hoch. Oh, das war nichts. Ich habe hier mal eine blöde Flinte ausgesucht, so wie es aussieht. Sie ist nicht gerade der Brüller. Den habe ich trotzdem erwischt. Oh, shit! Nein, den habe ich nicht gesehen. Mist! Du dickes Ei. Na, den hätte ich sehen dürfen. Müssen. Können. Charly Cutter ist wieder da. Ja, Charly Cutter ist wieder da. Und spricht von sich selbst in der dritten Person. Ja! Wo ist der? Oh Gott! Ah ja! Was hätte ich gemacht? Bin ich überhaupt? Bin ich schon wieder da? Ich bin auch noch da. Lach klebend. Lach klebend. Lach klebend. Au, das war glaube ich nichts. Das hat wohl nicht gereicht. Naja. Also, wenn du ein Mann reinlaufen ist natürlich auch ein bisschen bescheuert, aber dafür habe ich ja meinen Wiederbeleber. Ja, dem tue ich ihn gefallen, ja? Danke, Kumpel! Bisschen hier. Nanu. Jetzt ist aber hier sehr... ...vernebelt. Na, da ist aber einer. Das war jetzt natürlich auch ein bisschen... ...mute ich da einfach so... ...den Kollegen hier... Nimm das! ...mute ich. Oh! Pflöck! Sieh ihn aber. Bin ich munsichtbar? Mist! Ja, munsichtbar! Mist! Heide ist erlassend! Naja. Wie sieht's denn überhaupt aus? 32 zu 14. Naja. Also da kann man irgendwo dann... ...da unten sehen wir dann auch wie's steht. Füat! Bis 35 geht's? Au! Wo ist das? Oh, den hab ich nicht gesehen! Ach, nööööööööööööööööööö. Ich bin ein bisschen blind unterwegs. Man soll ja auch nicht auf das schönlichste Teil da gucken. Dat war nix! Was nicht an mir lag, denn ich bin hier sechsmal tot, fünf Vorlagen, keine Reanimation. Ich würde gerne diese Knarre wechseln, aber ist nicht, ne? Hat sich was. Tja, wir laufen zum Thema, der Ausrüstung anpassen. Aber ich habe zumindest mal jetzt die eine Herausforderung weg, ne? Ah, was kann ich denn hier haben? Kann ich hier noch was, ich kann nichts zufügen, nichts machen irgendwie. Leider. Man muss mit dem Zeug hier irgendwie auskommen, was ich da habe. Spieler gefunden und sollte doch auch noch mal eins losgehen und vielleicht stelle ich mich da ja weniger dusselig an. Also Hoffnung habe ich keine, aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes machen. Wenn wir dann dran kommen. Aber jetzt sucht er wieder. Versuche ich mal, ob ich hier was zu trinken neben mir stehen habe. Habe ich. Sorry. Bisschen trockener Luft jetzt. Aber passt schon. So, dann mal los. Hier unten hat einer aber eine schlechtere Verbindung als ich. So wie es aussieht. Ah, okay. Jetzt passt scheinbar. Suche nach optimalem Spiel. Ja, also ich hätte gern eins, wo meine Gegner schlechter sind als ich. Schwierig, ne? Ich habe auch noch kein Uncharted gespielt. Freunde von mir, Arbeitskollegen, die haben das schon gespielt und die sind auch begeistert. Nathan Drake, so das männliche Pendant, so Lara Croft, sagt der Kollege immer. Wobei er mehr Nathan Drake, glaube ich, ist. Ich mehr Lara Croft. Aha, es geht los. Vielleicht nehme ich einfach mal einen anderen Charakter. Wobei die Bewaffnung ja gleichwohl ist. Hallo, Standard. Komm, nehmen wir mal die Lady. Ich bin ja keine Freundin von Theatralik, aber danke. Bitte. Und wieder auf Madagaskar. Ich hatte noch eine andere Map. Mal. Ich bin ja gar the same. Wie sehen wir etwa. Ich bin ja gar nicht. Und wieder auf der anderen Seite. Ich bin ja gar nicht. Ich bin aber, Mama, dass ich es wahrscheinlich mache. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja nicht. Was ist denn das? Das hab ich noch gar nicht gesehen. Ist da noch einer irgendwo? Nein, da ist keiner mehr. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Komm, ich hol dich halt so. Ja, ist nicht ladylike, aber egal. Wo sind die hier? Auch? Die lady ist schnell. Mal rüberschwingen. Oh, das ging daneben. Ja, lass mal los. Oh, das hab ich auch noch nicht gemerkt. Dass man da dann klettern kann dran. Okay. Komm ich hier hoch? Wo sind die? Da geht's auch nicht hoch. Also, irgendwie hier landen. Wo ist er? Dann an Straßenseite. Ja. 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 Da oben war er doch. Oh, da kommt eine Granate. Oh, schnell hier rüber. Ja. Na komm 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 komm. Shit. Du wirst doch keine Frau auf. Helf mir mal einer. Mist. Jetzt. Irgendwo hier ist so ein Schatzteil. Da steht irgendwo hier oben. Weil ich das kenne. Okay, lass mich mal da hoch. Okay, lass mich mal da hoch. Vielleicht seh ich von da was. Oh, hier kann man runterrutschen. Das hab ich auch noch nie ausprobiert. Ja, cool. Okay, das ging natürlich. Ich hatte die Schlächer, wo dann. Genau da. Ja. 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 Sonst bin ich gleich wieder drauf hier. Ja. Ja, das ist ja neblig. Da kommt rein. Es ist ja neblig oder? Warum? Oh. Es scheint hier ein bisschen falsch zu sein. Was ist denn? Okay. An der Lemurenwand komm ich jetzt auch nicht vorbei. Den nehm ich aber gerade so oder? Gleich auf jeden Fall. Krieg noch ein Trigger. Weg, weg, weg. Ah shit! Tja, damit jemand ist heute nicht erledigt. Ich kann jetzt irgendwas im Geschäft kaufen, was ich heute machen will. Ich kaufe mal wieder. Ha, das ist bestimmt lustig. Vorausgesetzt ich kann das Ding noch einsetzen, aber bei 32. Also bei 32 Kits, die wir schon haben, bis 35 geht's, ist das jetzt sicherlich kein Problem. Hey, wo ist der? Oh, das war aber fies! Ausrüstung verbessert. Aber wir haben gewonnen. Und ich sag mal, in der Fall war ich nicht ganz so schlecht. Nichtsdestotrotz, muss ich jetzt noch einkaufen gehen. Was bedeutet, Ende Gelände Und Erster Eindruck von mir für Uncharted 4 Multiplayer Und Tschüss! Und Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020